Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Und ja, heute ist der Patch, beziehungsweise nicht heute, vor ein paar Tagen ist der Patch 9.9 rausgekommen. Und mit dem, glaube ich, so ein Event hier. Ich habe hier ein paar Zehnerpanzer am Start und ich merke, dass mein Addon, dass ich das wieder aktualisieren muss. Boah, guck mal hier. Was ich hier für Panzer habe, Freunde. Das ist ja unglaublich. Die werde ich jetzt auf jeden Fall alle mal spielen hier. Ich glaube, ich spiele mal den Leopard 1. So, gehen wir direkt ins Gefecht. Ich bin mal gespannt, was jetzt so passiert. Stähler eine Jagd. Genau, so hieß es. Verdienen Sie mehr Siegpunkte als das gegnerische. Erobere die Fahne, verdienen Sie Siegpunkte für Ihren weiteren Gefecht. An Kontrollpunkt können Sie Ihre Fahrzeug kostenlos reparieren und auffüllen. Irgendwie tickt das schon und ich bin noch nicht mal in-game. Okay, jetzt geht's. So, Moment. Oh, ich bin aus dem Spiel geflogen. Verdammte Axt. Okay, ich bin wieder am Start. So. Äh, Leopard 1. Ja, äh... Ist das jetzt nur für mich so quasi? Boah, ich hab 105 FPS. What the fuck? Mehr als das gegnerische Team, aber ich hab ja... Wo sind meine Gegner? Boah, geht der ab? Krass. Oh, da ist auch noch einer. Wie schnell kann der denn bitte seinen Dings drehen? Alter! Ist der schnell. Voll das Biest. Krass. So, ich fahr dann erstmal zu den Punkten hier. Wie schnell der ist. Alter. Na gut, ist auch ein mittlerer Panzer, ne? Muss man auch mal sehen. Warum hab ich so viele FPS? Ich hab fast 50 FPS. Das ist ja... Das ist ja hier Wonderland. Achso, hier kann ich mich heilen, ne? Wie war das? Reparatur in 3, 2, 1. So. Oh, guck mal. Wer ist denn da? Achso, da ist hier alle gegen alle quasi. Oh nein. Das war nicht so gut. Oh, den kann ich jetzt schon von hinten abs... Ich glaub, der will nicht. Ich ihn aber auch. Boom! Ich hab ihn. Nein! Daneben! Gibt's doch gar nicht. Das ist hier wieder so ein Spaß-Games. Gefällt mir gut. Oh, oh. Ach, da ist auch noch einer. Moin! Komm, greif doch den anderen an. Oh, schade. Okay. So, ich könnte jetzt ein neues Fahrzeug wählen. Ja, dann nehm ich den noch. Hier. T57 Heavy Tank. Oh ja. Der ist heavy. Was ist denn Acht hier? Achso, ich hab ja noch... Ich hab ja noch eine Art hier als Unterstützung, oder was? Wie geil ist das denn? Ne, möchte ich doch nicht. Raus wieder. Geil, und wenn ich mal ein bisschen warte, hab ich auf Acht so'n Schlag. Das wär ja cool. So, was hab ich denn jetzt in T57? Okay. Ah, wer als erster 20 Punkte hat, hat gewonnen. Ich verstehe jetzt langsam. Langsam verstehe ich hier den Sinn. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. So. Wo sind sie hier? Die Dudes. Na, guck mal. Was? Nicht mal angekratzt? Boah, wie schnell lädt der denn bitte nach? Achso, okay. Ich hab hier... ...mehrere Schüsse mit dem. Ich find's unglaublich, wie schnell sich das Geschütz dreht. Oh, der ist doch tot. Oh, guck mal, wer da ist. Oh, ich brenne. Löscht das Feuer. Wirkungstreffer. Hätte verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Benzin hat getroffen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Das Feuer ist ab. Das war's für uns. Los hier. Wo, wie viel Nachladezeit hat der denn, wenn man ganz tot ist? So, dann geh ich jetzt in den IS-7 mal. Gucken, was damit denn so geht. Boah, wie der mich da auseinandergenommen hat. Krass. Das ist echt heftig. So, ihr 7 kommt. So, wer will denn hier einen kleinen Schlag? Na los, zeigt euch. Meine Freunde. Okay, wir wollen sich nicht zeigen. Ich habe auch 13 Sekunden zum Nachladen. Sehe ich das richtig? Also muss der Schuss auf jeden Fall gut sitzen. Boah, ich bin einer der letzten Freunde. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche dringend mehr Abschlüsse. Ganz dringend. Na, kommt alle raus? Seid hier, Schweine. Oh, ne. Den wollte ich mir gerade vorknöpfen. Das gibt's doch nicht. Wo sind die anderen hier? Kommt raus. Oh, ich Idiot. Oh, der ist explodiert. Ach, guck mal. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh. Jetzt kommt der Fluchzeug. Pass auf. Guck, 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 guck. Jetzt. Ja. Jawohl. Wie geil. Und den nehmen wir auch noch mit. Komm, den letzten Schuss mache ich hier. Die können sich ruhig schön andimagen. Der letzte Schuss wird meiner sein. Nein. Jawohl. Und jetzt. Jawohl. Meiner. Ja. 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 Auch wieder meiner. Boah, wie schnell, was hat der denn für... Was war das denn für ein Panzer? Kommt natürlich bei denen den Bad. Objekt 268 nehme ich jetzt. Okay. So, weiter geht's. Ach du Scheiße. Den Jagdpanzer oder nicht? Ach du Scheiße. Ja gut. Das hätte ich auch vielleicht vorher wissen sollen. So. Ich bin immer noch relativ weit hinten. Oh. Boah. Also als Jagdpanzer wird mir ja glaube ich nicht so glücklich. Dafür tue ich mich da. Oder. Na los. Komm raus. Scheiße. Nein. Boah, wie oft kann der schießen? Jetzt fährt er wieder um sich zu reparieren oder was? Das ist ja frech. Das ist ja auch noch einer. Ich will mich auch reparieren. Weg da. Jawohl. Mein Treffer. Haha. Nein. Schnell weg hier. Fahrzeug zerstört. Verdammt. So, komm. Dann nehme ich jetzt nochmal den Leopard, oder? Was nehme ich? Ja, Leopard ist gut. Leopard ist sehr gut. Leopard ist sehr gut. Gut. So. Boah, der ist sehr gefällt mir echt gut. Der geht richtig ab. Ja. Kann aber. Muss man natürlich auch mit schießen können. Nein. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Guck mal jetzt hier, was ich jetzt mache. Jetzt kommt direkt 17. Jetzt, pass auf. Aha. Habe ich ihn jetzt zerstört? Geiler Arti-Schuss. Das gefällt mir gut. So, mal gucken, ob ich noch irgendwas reißen kann. Ach, ist denn 14 Sekunden schon vorbei, Freunde? Jawohl. Den kann ich noch machen. Komm, den will ich noch wischen. 2, 1. Jawohl. Ja. Ich glaube, ich bin nicht Erster geworden. Nicht mal ansatzweise, glaube ich. Tja, kannst machen nichts. Werden Sie ein Fahrzeug aus? Ach so, okay. Heavy Tank. Alle. Teamauswertung. Hat der am meisten Schaden gemacht hier. Oh ja, sehr stark. Guck mal, Panzer zerstört bin ich gar nicht so schlecht. Okay. Ach, das gibt ja sogar hier Punkte. Toll. Okay, Freunde. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen. Das ist mir eine kleine Abwechslung hier. Ähm. Ist ja auch lustig. Kleine Abwechslung zum normalen Alltags, äh, Alltagspanzer fahren. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und, ähm. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao. 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 . Ciao.